Heute verrate ich dir 5 Dinge, die dir sonst niemand über die Oberstufe sagt. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma-Abitur-Schnitt. Und meistens mache ich ja Videos, wo ich sage, okay mach das, 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 die Geisten-Hacks, die Geisten-Tipps, die Geisten-Strategien. Und die Videos werden auch konstant weiterkommen, aber heute will ich auch mal einen kleinen Twist reinbringen und soll ich einfach mal 5 Dinge nennen, die man in der Oberstufe nicht gesagt bekommt. Weil, rückblickend muss ich sagen, ist die Oberstufe so eine geile Zeit oder kann so eine geile Zeit sein und man muss sich gar nicht so viel Stress machen. Und ich glaube, wenn ich euch dann diese 5 Dinge mitgebe, werdet ihr auch die ganze Phase eures Lebens viel, viel mehr genießen können. Erster wichtiger Punkt mal, es ist nicht viel anders als davor. Man denkt vielleicht, oh, Oberstufe, wir sind jetzt die Ältesten hier im Schulgebäude und das stimmt auch. Aber ansonsten, klar, es gibt 15 Punkte anstatt einer 1 und 0 Punkte anstatt der 6. Es zieht nicht unten zählen zu deinem Abitur, deswegen ist natürlich schon alles ein bisschen ernster, aber auch eigentlich noch nicht mal das. Ja, weil ich meine, es sind immer noch die Schüler, wenn du in der gleichen Schule beliebt bist, immer die gleichen Schüler, teilweise immer noch die gleichen Lehrer, gleiche Schulgebäude. Du bist immer noch du und deine Freunde auch. Und deswegen, mach dir da keinen großen Kopf, starte einfach entspannt rein, gib Gas, weil es eben die Oberstufe ist, aber ansonsten brauchst du keinen Kopf machen. Zweitens, anstrengen lohnt sich immer, wirklich immer. Auch wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich weiß schon genau, was für einen Studiengang ich machen will und dafür brauche ich keinen NC. Ich muss nur mein Abi schaffen, das schaffe ich locker mit relativ moderatem Aufwand, dann muss ich mich nicht größer anstrengen. Und das stimmt auch und es ist auch dein absolut gutes Recht. Trotzdem würde ich dir empfehlen, wenn du jetzt nicht irgendwie im Sport oder irgendwie mit einem Startup oder irgendwas anderem noch mega engagiert bist und da irgendwie da richtig ambitioniert was raushauen willst, würde ich dir empfehlen, mach das in der Schule. Also bevor du irgendwie deine Zeit so mit ewig Serien auf Netflix schauen und so weiter verschwendest, gib Gas in der Schule, weil diese Einstellung, die du dir in den letzten ein, zwei Jahren deines Schullebens aneignest, die wirst du auch in dein Leben, in deine Ausbildung, in dein Studium, in deine Reise, egal was du danach machst, einfach mit übernehmen, weil das ist ja so, wie du letztens zwei Jahre gearbeitet hast. Und wenn das immer nur basiert ist auf, oh kein Bock, will ich nicht, mach ich mal chillig, mach ich mal 80, 20, dann wird sich das einfach auch später auswirken. Vielleicht bei Dingen, die dir wichtig sind, wo du es dann gar nicht so gerne hättest, aber es einfach schon so automatisiert in dir drin. Und ich sage immer, die Oberstufe sollte, in der Oberstufe sollte man sich viel mehr darauf wuchsieren, welche Eigenschaften kann ich da ausbilden, also Disziplin. Wie kann ich meine eigene Motivationsmeistern, wie kann ich äußeren Druckstand halten, wie kann ich mich selbst managen und so weiter. Und das wirst du einfach nur lernen, wenn es dir wirklich wichtig ist. Wenn du eh sagst, viel in jeder Klausur und alles ist cool, dann, hm, deswegen streng dich an, du wirst es nicht bereuen. Drittens, du wirst dich auch außerhalb der Schule extrem weiterentwickeln. Wenn du in der Oberstufe bist, gerade auch das, was ich eingehend schon gesagt habe, auch wenn alles genauso spaßig ist, man merkt einfach, okay, da ist jetzt dieses riesen Schulgebäude, was die letzten acht Jahre mein ganzes Leben ausgemacht hat. Und so langsam, muss ich ehrlich sagen, so, wir sind hier die Großen. Wir sind hier beide raus. Was kommt danach? Ich bin, werde wahrscheinlich in der Oberstufe erwachsen. Du merkst einfach, okay, wir werden jetzt auch von Lehrern gesiezt. Es ist irgendwie, geht es in eine ernstere Richtung. Und das macht mit einem ganz viel, weil man macht natürlich noch was noch genauso scheiße, den Spaß mit meinen Freunden, aber in manchen Momenten merkt man einfach, hm, hm. Vor allem dann, wenn man wirklich sein Abitur bekommt, da im Anzug bei der Abiturverabschiedung ist, du merkst einfach, wow, so, damn, es geht jetzt los. Und das ist man sich vielleicht am Anfang der Oberstufe auch gar nicht so bewusst. Deswegen macht euch da auf jeden Fall auch drauf gefasst. Aber nutzt auch in der Oberstufe einfach die Zeit nebenbei, um Seminare zu besuchen und so weiter. Du machst dir Gedanken über dich selbst. All diese Dinge, dafür ist auch genug Zeit, was jetzt aber der nächste Punkt ist. Und zwar viertens, du hast absolut genug Freiraum für alle anderen möglichen Dinge. Viele sagen, die Oberstufe ist so stressig, so stressig. Aber das sind nur die Leute, die immer erstens sich übelst die Panik schieben, dass sie eine schlechte Note haben. Und zweitens die Leute, die immer alles, was der Lehrer sagt, genauso aufschreiben, dann das hunderttausendmal durchlesen und so versuchen, die besten Noten zu bekommen. Und ganz ehrlich, wenn du richtig lernst, deswegen ist ja auch mein YouTube-Channel da, und wenn du das richtige Zeitmanagement hast, wirst du es wirklich schaffen, wirklich noch viele andere Dinge nebenbei zu machen. Ich meine, ich habe meine 1.4 auch und ich habe neun Monate, ich muss dir jetzt mal vorstellen, neun Monate in der 11. Klasse für ein Startup gearbeitet. Und zwar, da habe ich definitiv mehr Zeit reingesteckt als für die Schule selbst. Wahrscheinlich sogar noch mehr, selbst wenn du die Zeit, die ich in der Schule verbracht habe, noch mal reincheckst. Deswegen, es geht wirklich. Ich habe da auch jeden Tag Sport gemacht. Und damit meine ich nicht 10 Minuten HIT-Workout daheim auf der Matte, sondern wirklich schwimmen, Radfahren, Laufen, alles Mögliche. Ich habe Freunde getroffen, ich habe Seminare besucht, ich war unterwegs. Also wirklich alles Mögliche. Und das schafft, das geht alles klar. Das geht wirklich alles klar. Und das ist auch, wenn du beispielsweise sagst, hey, ich will irgendwie einen YouTube-Channel starten, habe ich auch in der 12. gemacht. Das habe ich, ich habe während meiner Abiturprüfungen einen YouTube-Channel laufen gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Glaube ich zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Instagram. Auf jeden Fall habe ich in der Mitte der 12. Klasse diesen YouTube-Channel gestartet, wo ich aber noch ganz anderen Content gemacht habe. Und ihr könnt das machen. Ihr könnt das machen. Nutzt auch die Oberstufe, um euch das zu trauen. Ihr werdet da so viel selbst über euch erfahren, das ist so wertvoll. Deswegen macht das unbedingt. Und zum Thema Selbsterfahrung auch der letzte, fünfte Punkt. Du musst noch nicht deine Berufung finden. Versuch da nicht die ganze Zeit auf diesen Druck, der von außen auf dich einprasselt. Im Sinne von, jeder, es ist einfach, jeder. Vor allem bei Familienfeiern. Keiner hat eine bessere Frage als, und, was machst du jetzt dann nach der Schule? Und denkst du so, und du kriegst diese Frage an diesem Tag 18 Mal. Und das ist halt übelst nervig. Du denkst, ich muss dir erst eine Antwort geben. Nein, musst du nicht. Du musst einfach nur das machen, was dir gut tut. Das bedeutet, setz dich viel mit dir selbst auseinander, probiere Dinge aus, die dir Spaß machen, geh auf Seminare, schau dir viele YouTube-Videos an, die dich weiterbringen, lese Bücher, und sei einfach kreativ und folg einfach deinem Herzen. Das sagt man so einfach, aber hör einfach auf dich selbst. Geh deinen Weg und es geht nicht darum, dass du in der Oberstufe meinst, das ist genau die eine Sache, die ich in meinem Leben machen will. Deswegen studiere ich jetzt das. Deswegen gebe ich mir mein Abitur Gas und dann, boom. Ich wusste in der Oberstufe, ich wusste eigentlich nur, dass ich ganz viel aus meinem Leben machen will. Was? Keine Ahnung. Und trotzdem hat es mich hierher geführt. Und das sehr schnell. Ja, das ist jetzt ein Vierteljahre nach meinem Abitur. Deswegen macht euch da keinen Kopf. Macht euch da keinen Kopf. Probiert einfach Sachen aus, in der Welt auf dem Weg merken, okay, da habe ich mehr Bock drauf, da weniger. Das wird sich im Laufe so rauskristallisieren. Aber habt nicht die Erwartung an dich selbst, dass du es irgendwie safe haben müsstest. Deswegen entspann dich da, genießt die Oberstufe, macht euch nicht zu viel Druck und genießt wirklich die Zeit. Das ist echt richtig, richtig cool. In dem Sinne, denk mit an eine einzige Sache, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Da in Leo.